Musik Herzlich Willkommen zu Planei TV. Das erste Rennen der FIS-Alpinen Ski-WM in Schladming ist heute über die Bühne gegangen. Der Super-G der Damen. Welche Sportlerin auf der 2.194 Meter langen Strecke die Nase vorne hatte, erfahren Sie jetzt. Ein Nervenkrimi war der Super-G der Damen bereits vor dem Start. Hartnäckiger Nebel verzögerte das Rennen um dreieinhalb Stunden. Umso spannender war dann das Rennen. Die Top-Favoritin Tina Mase zeigte die besten Nerven und holte den ersten Weltmeistertitel dieser WM. Über Silber konnte sich Lara gut freuen und die große Medaille holte sich Giulia Mancuso. Beste Österreicherin wurde Andrea Fischbacher mit Platz 9. In der Nationenwertung liegt somit Slowenien vor der Schweiz und vor den USA. Morgen werden dann die Herren um die ersten Medaillen kämpfen. Um 11 Uhr geht's los. Der Super-G der Herren steht am Programm und es werden bis zu 35.000 Fans in der WM-Arena erwartet. Nach der Siegerehrung um 18.30 Uhr auf der Medaillplaza garantieren dann die Kultband Opus und DJ Ötzi für ausgelassene Partystimmung. Weitere Infos rund um die FIS-Alpine Ski-WM sowie die genauen Ergebnisse der einzelnen WM-Rennen finden Sie unter www.planei.at oder unter www.schlappmink2013.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017